Den YouTube-Livestream sahen in der Spitze 8,1 Millionen User. Als es dann tatsächlich geklappt hatte, feierten in Indien nicht nur die Menschen im Kontrollzentrum, sondern auch sehr viele auf den Straßen im ganzen Land. Und zwar die vierte Nation, nach der Sowjetunion den USA und China zu sein, die es schaffte, mit Chandrayaan 3 eine Sonde erfolgreich auf dem Mond zu landen. Dies bedeutete viel für das inzwischen bevölkerungsreichste Land der Erde, ein aufstrebendes Schwellenland, geprägt von immer noch extremen Gegensätzen zwischen Arm und Reich, zwischen Hightech und für westliche Begriffe primitiven Verhältnissen auf dem Land, zwischen top ausgebildeten Ingenieuren einerseits und Analphabeten andererseits. Wir schauen in dieser Mondgeflüster-Folge mal auf diese erfolgreiche indische Mondmission und wagen auch mal einen kleinen Blick auf die wenige Tage zuvor gescheiterte Luna 25 Mission. Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist. Dieser Moment des Erfolgs, so betonten viele Inder in den sozialen Medien, habe zumindest kurzfristig ein besonderes Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen lassen. Die Hoffnung, durch ein erfolgreiches Raumfahrtprogramm Kinder und Jugendliche für ein MINT-Studium zu motivieren und dadurch eine bessere Zukunft zu erreichen, kommt dazu. Also durchaus ein Programm, welches mithelfen kann, die Situation im Land nachhaltig und langfristig zu verbessern. Dafür kommt die indische Raumfahrtbehörde ISRO mit einem Budget von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar im Jahr aus. Das NASA-Budget beträgt im Vergleich dazu 25,4 Milliarden Dollar. Die Chandrayaan-3-Mission kostete insgesamt über die Jahre gerade mal 76 Millionen US-Dollar. Auch deshalb möglich, weil die Gehälter über das gesamte Qualifikationsspektrum hinweg in Indien deutlich niedriger sind und weil man sich in vielen Bereichen auf bewährte Technik verlässt und nicht unbedingt teure neue Innovationen sucht. Deshalb auch die Begeisterung, die vielen Reden mit dem extraformen BRICS-Gipfel in Südafrika zugeschalteten Ministerpräsidenten Modi an der Spitze. Dieser hatte aber in der Stunde des Triumphes nicht nur die nationale Brille auf, sondern unter Strich auch die Bedeutung und Begeisterung dieser technischen Meisterleistung für die gesamte Welt. Dieser Erfolg gehört nicht nur Indien, sondern auch der ganzen Menschheit. Das ist natürlich Teamspace in Rheinkultur. Und genau in solchen Momenten braucht es dann nicht einen besonders schlauen amerikanischen Raumfahrtjournalisten, der dann als erstes gleich mal herummeckern muss, dass die Inder in ihrem Livestream einfach mal die Reden stoppen und technische Daten oder Fotos zeigen. Das ist immer so der westliche Eifer. Aber es könnte doch sein, dass in anderen Ländern und Kulturen in so einem Moment die Prioritäten eben etwas anders liegen. Wichtig ist die Mission auf jeden Fall für die gesamte Raumfahrtwelt. Schließlich soll Chandrayan III bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse bringen, die für alle künftigen Pläne dauerhafter Mondbasen entscheidend sein können. Etwa auf dem 70. Breitengrad des Mondes gelandet, 600 Kilometer vom Südpol entfernt, geht es vor allem darum, dort nach den vermuteten Wassereisvorkommen zu suchen, die ja die Grundlage für den wissenschaftlichen Betrieb einer Mondstation und den Mond als Basis für weitere Sprünge ins All bilden können. Vor allem durch die Möglichkeit, dann Sauerstoff und Treibstoffe direkt herzustellen. Aber wir sind natürlich hier auch beim Mondgeflüster, also kommen wir mal zu den harten und technischen Fakten der Mission. Eigentlich sollte die Mission im November 2020 starten. Naja, was uns 2020 so bewegte, wissen wir sicher alle noch. Am 23. März 2020 musste auch die indische Raumfahrtagentur ihre Arbeit am Hauptquartier und an anderen Standorten einstellen, wodurch rund 1000 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt wurden. Dadurch verzögerte sich die Mission und so konnte Chandrayan III schließlich ihre Endphasentests erst Ende März 2023 abschließen. Der Start erfolgte schließlich am 14. Juli 14.35 Uhr Ortszeit vom Weltraumbahnhof auf der südindischen Insel Sriha-Rikota. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Und dann hieß es nächster Halt Mond. Die drei himmlischen Worte, die wir in den nächsten Jahren immer wieder und immer wieder hören werden. Genau wie bei der gescheiterten Vorgängermission hat die Mission einen Lander und einen Rover. Aber anstatt einen Orbiter nur ein Antriebsmodul. Der Orbiter von Chandrayan II funktioniert übrigens immer noch problemlos und wird voraussichtlich bis 2026, 2027 seine Mission fortsetzen. Wozu er aber in der aktuellen Mission noch nützlich ist, dazu komme ich gleich nochmal. Das Antriebsmodul von Chandrayan III wog vollbetankt ca. 2,2 Tonnen und hatte die Aufgabe, Lander und Rover zum Mond zu bringen. Das Modul trennte sich etwa in 100 Kilometer Höhe vom Landemodul und Rover. Das Antriebsmodul ist mit einem Haupttriebwerk ausgestattet, was für die verschiedenen Manöver genutzt wurde, welche insgesamt etwas vereinfachter waren als noch bei Chandrayan II. Außerdem besitzt das Antriebsmodul einen ausklappbaren Sonnenflügel, der es mit Energie versorgt. Die Schubkraft des Haupttriebwerks beträgt knapp 45 Kilo oder 440 Newton. Das Modul bleibt während der gesamten Mission über das indische Deep Space Network in Kontakt und erhielt während der Bahnmanöver übrigens unter anderem Unterstützung durch das S-Trek-Netzwerk der ESA. Nach den Erfahrungen von Chandrayan II hat die ISRO entscheidende Optimierung am Lander von Chandrayan III vorgenommen. Dieser trägt übrigens den Namen Vikram, also so etwa wie der Mutige der Tapfere. Bei einem Gewicht von 1,8 Tonnen inklusive Rover ist der Lander nun besser ausgestattet. Neben verbesserter Software beinhaltet er redundante Instrumente, die während der kritischen Abstiegsphase die Distanz zum Boden präzise messen und Hindernisse identifizieren können. Dabei befinden sich eine Vielzahl an Technologien an Bord, die dieses Mal eine sichere Landung sicherstellten. In Sachen Lagerregulierung setzt der Lander nicht nur auf 8 Regulierungstriebwerke, sondern auch auf 4 Reaktionsräder. Im Vergleich zum Vorgänger hat Chandrayan III nur 4 anstatt 5 regelbare Triebwerke mit etwa 80 Kilogramm Schubkraft. Energie bezieht der Lander aus zwei schwenkbaren Solarmodulen, die eine Leistung von bis zu 738 Watt liefern. Zudem stellten die verstärkten Landebeine sicher, dass Geschwindigkeiten von bis zu 2 Meter pro Sekunde vertikal und 0,5 Meter pro Sekunde horizontal absorbiert werden konnten. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten, die dann bei der Landung vorkamen, blende ich euch gerade hier nebenbei ein. Der Lander dient auch als Kommunikationsrelais für den Rover und kommuniziert hauptsächlich mit dem indischen Deep Space Network. Bei Kommunikationsproblemen fungiert nicht das Antriebsmodul als Backup, sondern der Chandrayan II Orbiter als Relaisstation. Ja, spätestens nach dem Film Gute Nacht Oppi sind die Rover meine persönlichen Lieblinge in der Raumfahrt. Der Sojourner Rover, der 1997 auf dem Mars gelandet ist, hat übrigens einen großen Anteil an meinem Raumfahrtinteresse. Ein Video zu dieser Mission findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Gab es da eigentlich mal Schlüsselmomente, die euch so richtig für die Raumfahrt begeistert haben? Lasst es mich doch mal in den Kommentaren wissen. Aber zurück zum Thema. Der kleine Mondrover mit dem Namen Prajan, was so viel wie Weisheit bedeutet, wiegt etwa 26 Kilo. Verstaut war er im Herzen des Länders und bekam einen Zugang zum Mond durch eine zweiteilige Luke. Diese Luke, die sich nach unten öffnet, fungiert nach der Landung als eine Rampe, über die der Rover langsam auf die Mondoberfläche fahren kann. Der Rover selbst ist auf Wendigkeit und Robustheit ausgelegt. Seine sechs Räder, alle individuell und vom Gleichstrommotoren angetrieben, erlauben ihm, sich vorzubewegen, indem er die Drehzahl ändert. Ganz ähnlich einem Kettenfahrzeug. Dank seines Doppelachs-Fahrgestells kann er auch über unten eben das Gelände navigieren, wobei das zentrale Gehäuse stets im Gleichgewicht bleibt. Seine Energie zieht der Rover auch von einem effizienten Solarmodul, welches nach der Landung aufgerichtet wurde und 50 Watt Leistung bereitstellt. Über zwei Antennen im Solarmodul ist er in ständiger Kommunikation mit dem Lander. Und wie stellt der Rover die Navigation sicher? Dies geschieht mithilfe von zwei vorderseitig angebrachten Kameras. Diese ermöglichen es dem Rover nicht nur dreidimensionale Szenen, sondern auch das präzise Messen von Entfernung. Schon in den ersten zwölf Stunden nach der Landung gelang es, den Rover auf die Mondoberfläche zu bringen und den Ladevorgang zu starten. In der auf 14 Tage angesetzten Mission ist er nun bereits dabei, seine ersten Exkursionen zu unternehmen. Also jetzt heißt es Daten sammeln, Fotos machen und zu Erde senden. Wie eingangs schon erwähnt, neben dem indischen Erfolg, da war ja auch noch was. Richtig, auch Russland hatte ja versucht, seine Sonde Luna 25 in die gleiche südliche Mondregion zu bringen, wollte trotz späterem Start am 11. August durch eine direkte Flugbahn zwei Tage vor Shandrayan 3 am 21. August landen. Doch die Mission, die zumindest in der Planung schon Jahrzehnte alt war, scheiterte bereits zwei Tage vorher am 19. August durch ein missglücktes Bremsmanöver. Die Schubdüsen brannten anderthalbmal so lange wie geplant. 127 statt 84 Sekunden. Warum, ob falsche Berechnung, ein Softwarefehler oder doch ein Hardwareproblem, das soll jetzt eine Untersuchungskommission feststellen, so der Roskosmos-Chef Yuri Borisov. Durch die zu starke Bremswirkung geriet die Sonde in einen Orbit mit einem negativen Periselenum. Geplant waren 18 Kilometer. Astronomen Jonathan McDowell, eine absolut anerkannte Kapazität im Bereich Orbitalmechanik, errechnete einen Wert von minus 20 Kilometer. Eine Minute nach dem Abbruch des Funkverkehrs stürzte Luna 25 bei 57,55 Grad südlicher Breite und 60,51 Grad östlicher Länge in den Nebenkrater G des Pont-au-Coulon-Kraters auf der Mondvorderseite. Selbst in russischen Expertenkreisen waren die Erfolgschancen für die Mission nur zwischen 50 und 70 Prozent eingeschätzt worden. Vor allem wegen des Wissens um die finanziellen und technischen Einschränkungen, aber auch natürlich mit Blick auf die endlosen Verzögerungen. Pläne einer neuen russischen Mondsonde wurden erstmals 1997 veröffentlicht, konnten damals aufgrund der Finanzierungsschwierigkeiten in der Raumfahrt jedoch nicht in Angriff genommen werden. Erst im neuen für die Jahre 2006 bis 2015 ausgelegten Raumfahrtprogramm wurden Gelder für die Raumsonde bereitgestellt. Lunar Globe sollte ursprünglich im Jahr 2012 starten. Die Pläne wurden mehrfach geändert. Es kamen immer wieder zu Verschiebungen. Eine geplante Zusammenarbeit mit der ESA, die Benutzung und Erprobung des von der ESA entwickelten optischen Systems für Präzisionslandung und zur Warnung von Kollisionen, Pilot D, kamen nicht zustande. Sie wurde am 13. April 2022 als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von Seiten der ESA gestoppt. Für die sowieso schon gebeutelte russische Raumfahrt, vor allem aber auch für die Beteiligten, die teilweise schon Jahrzehnte an diesem Projekt arbeiteten, war der Misserfolg natürlich ein herber Rückschlag. Und so fanden die anderen großen internationalen Raumfahrtagenturen vor allem mitfühlende Worte für ihre Kollegen. Und damit bewies er, dass zumindest für die Verantwortlichen und Beteiligten der Raumfahrt eine Trennung zwischen Politik und Wissenschaft über alle Differenzen hinaus und massiven Problemen hinweg möglich ist. Auch das ist Team Space. Wie es jetzt mit den russischen Programmen weitergehen wird, ist allerdings sehr fraglich. Borisov kündigte zwar weitere Versuche in den nächsten Jahren mit Luna 26 und 27 an, aber Kenner der finanziellen, technischen und personellen Situation der russischen Raumfahrt halten das allerdings für ziemlich unrealistisch. Als weitere Option wird übrigens eine Wiederholung der Luna 25 Mission 2025 oder 2026 diskutiert. Fett.